Hi, mein Name ist Philipp, ich bin bei Picadera zuständig für die Weiterentwicklung unserer Webseite und des Online-Shops und heute möchte ich euch ein neues Tool vorstellen, was wir vor kurzem entwickelt haben. Und zwar handelt es sich hierbei um die Boschee-Gebiss-Beratung. Das ist ein Self-Service-Beratungstool, das heißt, das könnt ihr jederzeit nutzen, ohne uns anrufen zu müssen oder eine E-Mail zu schreiben. Alles, was ihr machen müsst, ist einfach auf den Link in diesem Beitrag zu folgen oder auf picadera.de slash boscheeberatung zu gehen und dann seid ihr auch schon auf der richtigen Seite. Ja, hier oben haben wir erstmal ein paar nützliche Tipps. Wie nutze ich das Tool? Was ist eigentlich ein Boschee-Gebiss? Für wen eignen sich Boschee-Gebisse und worauf muss ich bei der Größenwahl achten? Und wenn euch das nicht reicht, findet ihr weiter unten noch mehr Artikel und Videos genau zu diesem Thema Boschee-Gebisse. Wie messt ihr das richtig aus? Welche Materialien gibt es? Und was sind eigentlich die verschiedenen Mundstückformen? Also, da haben wir einiges von Informationen für euch zusammengesammelt. Jetzt aber zum eigentlichen Tool. Wie das funktioniert, ist wirklich ganz einfach. Hier unten haben wir immer Bilder, also in diesem Fall zum Beispiel gebrochenes Gebiss, Stammgebiss oder ich habe gar keine Präferenz. Und hier oben ist ein Hilfetext, der euch einfach dabei unterstützt, hier unten die richtige Auswahl zu treffen. Falls ihr nicht genau wisst, was ihr eigentlich auswählen sollt, dann klickt einfach auf ich habe keine Präferenz und geht weiter. Das könnt ihr eigentlich fast für jede Frage machen, außer für das Material. Da solltet ihr zumindest eine Auswahl treffen. Ihr könnt auch mehrere Auswahl treffen. Und wenn ihr dann durch alle Fragen durch seid, müsst ihr nur auf Ergebnisse, Anzeigen drücken. Und dann zeigen wir euch die Ergebnisse, bei denen wir denken, dass sie am besten zu den Bedürfnissen von eurem Pferd und euch passen. Wenn ihr nicht zufrieden seid mit dem Ergebnis, könnt ihr Beratung einfach jederzeit neu beginnen. Oder ihr klickt einfach auf diesen Link hier weiter unten. Dann findet ihr alle Gebisse bei Picadera. Und auch wenn euch das nicht weiterhilft, dann ruft uns einfach an. Diese Möglichkeit bleibt natürlich immer weiter bestehen. Schreibt uns eine E-Mail oder geht auf den Live-Chat einfach hier auf den Button unten rechtsklicken. Ja, das war es auch schon. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Wir möchten gerne mehr Beratungstools dieser Art für euch entwickeln. Deswegen schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail. Sagt uns, was wir besser machen können. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich über einen positiven Kommentar. Und ja, damit sage ich einfach vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.